Für die Öffentlichkeit sind Rocker, kriminelle. Punkt. Ihr Tattoo, Hells Angels und dann diese spießigen Vorhänge. Wir sind spießiger Rocker, haben wir schon immer gesagt. Bisschen lockerer irgendwie. Ich verdiene mein Geld seit zehn Jahren als Fotograf. Ich bin nicht irgendwie, wie es in den Medien heißt, zwischen den Hinzuhältern groß geworden. Das ist einfach ein Zusammenleben von ganz normalen Menschen, die ein gemeinsames Interesse haben. Dieser Rocker, der mit wehenden Haaren auf der Route 66 entlang düst, ist ein wahnsinnig schönes Bild. Aber es entspricht der Wirklichkeit nur sehr unzureichend. Eine Waffe ist eine Schusswaffe, ein Messer war noch nie eine Waffe. SEK-Einsatz bei Kali, ein SEK-Beam, verstorben. Klar habe ich geschaffen, aber wie ist es dazu gekommen? Es handelt sich um eine ganz abscheuliche Vergewaltigung. Wenn wir so aggressiv wären, frage ich mich, warum wir hier alle draußen sind. Es ist schon relativ schwer zu kontrollieren. Wenn jemand sagt, ich scheiße auf eure fucking Gesetze, dann ist er noch lang kein Terrorist. Wir leben in der Endeffekt und so leben wie die Teenager und das macht halt schon Spaß. Mein Anliegen ist einfach, diesem Klub ein Gesicht zu geben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020